Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit Sims 4 Strangeable. Und wir sind natürlich hier bei Rose, die gerade ein bisschen genervt ist, weil sie gar keinen Spaß hat und leider zur Arbeit muss. Aber was tut man nicht, wenn man Geld verdienen möchte und so. Denn ja, wir haben ja noch einiges hier zu tun. Wir sind ja noch dabei, die Programmierfähigkeit zu erreichen, also höher zu bekommen. Bei Level 3 kann man ja dann dort auch noch beweisen gucken und mal schauen, wie das dann wird. Rose wurde aufgetragen, sich um einen Praktikanten zu kümmern und ihn einzuarbeiten. Wie soll sie mit den Praktikanten umgehen? Also ich würde eher sagen, dass sie eine schwere Aufgabe erteilt. Denn, klar, Kaffee kochen, das war auch schön und gut. Aber ich bin auch persönlich der Meinung, es bringt halt den Praktikanten nichts, nur Kaffee zu kochen. Und deswegen sagen wir lieber das hier. Und mal schauen, was daraus wird. Rose wirft die Praktikantin ins kalte Wasser und sie beweist, dass sie tatsächlich schwimmen kann. Rose und die Praktikantin verdreifachen gemeinsam die üblichen Arbeitsleistungen und Heim sind los von Chef ein. Sehr schön. So, sie hat 124 mit nach Hause gebracht. Schön. Ich würde ja sagen, weil sie ja keinen Spaß hat und so, wir können ja vielleicht mal in die Bar gucken und uns vielleicht da umhören, wo man die Schlüsselkarte herbekommt. Weil das ist ja auch noch eine Sache, die wir noch nicht wissen. Sie soll sich erstmal umziehen, weil das ist ein bisschen dumm. So, dann bestellen wir uns am besten was zu essen und dann reden wir mal mit den paar Leuten. Nach Militärbasis fragen, nach Schlüsselkarte fragen. Stellen wir Beweise im Inventar deines Sims ein Geheimnis-Tier zusammen. Okay, das muss zuerst gemacht werden. Dann können wir trotzdem noch über Stranger bereden. Wir wurden angewiesen, keine Informationen über das Geheimnis oder weiterzugeben. Ich kann diese Informationen nicht einfach ausplaudern. Vielleicht, wenn wir ein bisschen besser befreundet sind, vielleicht quatscht er dann nicht darüber. Ich habe Beweise für die Vorkommnisse, aber ich darf nicht darüber sprechen. Dann freunden wir uns erst an. Das sollte für sie auch eigentlich nicht so schwer sein. Wow, ihre Charisma-Fähigkeit ist auch schon ziemlich gut. Ich mache mal so lange, bis wir befreundet sind offiziell. Okay, wir sind Freunde. Das ist gut. Dann können wir ja mal schauen, ob wir Beweise aus ihm rausbekommen können. Ich sollte das eigentlich nicht geben, aber hier. Rose hat das Stranger-Beweise halt. Nein, vielleicht dieses verschwommenes Foto. Okay, wir haben jetzt schon Szenen. Ich würde jetzt erstmal gucken, dass sie ein bisschen Spaß bekommt, weil das geht halt absolut gar nicht mehr. Wir dance mal eine Weile. Und dann gucken wir mal weiter, ob wir uns dann vielleicht zu Hause um die Programmierfähigkeit kümmern oder wir halt hier noch nach weiteren Beweisen fragen. Okay, ich denke, das reicht erstmal. Dann würde ich erstmal nach Hause gehen und erst mal das mit dem Programmieren weitermachen. Und dann mal schauen. Oh, unser Garten sieht auch super aus. Das war auf jeden Fall eine Menge Geld. Wir haben jetzt schon fast wieder 1000 Simoleons, ey. Hm, finde ich ganz gut. Rose, ich habe dir ein paar Käse gebacken. Kannst du rüberkommen und es mit mir essen. Oh, yes. I will. Wir gehen natürlich zu Hayley. Süß. Sie will aber irgendwie nicht losgehen. Soll ich dann so zu ihr rüber gehen? Ah. Do it. Oh, da ist jemand älter geworden. Oh, süß. Ich möchte nicht die Wanze an meiner Schwester platzieren. Danke. No, Marci. Aber ich werde... Oh. Warum muss ich mir das nochmal vorstellen? Wir kennen uns doch schon. Oh. Jetzt ist sie da. Okay. Das ist sehr weird. Aber süß, dass sie älter geworden ist. Hayley wohnt übrigens hier in Magnolia Promenade. Und ja, wohnt hier mit ihrem Mann und ihrer Tochter Jacqueline. Und ja. Ich finde, das ist hier ganz schön sogar. Das Haus ist relativ modern und so. I like it. Kann sie jetzt dem Kind Hallo sagen? Ich möchte, dass sie sich wenigstens mal vorstellen. Also ich meine, die kennen sich schon, weil sie ja als Baby schon miteinander zu tun hatten. Aber ne? Sie ist so eine tolle Tante. Oh. I love it. Okay, gut. Und jetzt zu später Stunde werden wir uns trotzdem noch einmal zum Labor begeben. Und mal schauen, was wir da so auffinden werden. Denn ich denke, sie würde eher nochmal halt nachts dann vorbeigehen und gucken. Denn dann ist es ja noch wahrscheinlicher, dass sie keiner sieht so. Weil es soll natürlich auch nicht jeder wissen, dass sie da jetzt rumschnüffelt, ne? Ich denke schon, dass sie da sehr, sehr vorsichtig ist so grundsätzlich. Dann schauen wir mal. Ein paar Sachen sind ja auch neu dazugekommen. Die werde ich natürlich auch untersuchen. Rose hat auf diesem Comic wieder nichts Nützliches gefunden. Vielleicht befinden sich auf einem der andere interessante Informationen. Hm. Vielleicht finden wir ja auch so schon genug Sachen. Und 15. Sehr gut. Dann können wir jetzt nach Hause gehen. Ich denke, nach diesem Tag wird sie sich jetzt erstmal high anlegen. Weil ich meine, sie muss ja dann halt auch schon bald wieder arbeiten, ne? Ha. Ich weiß nicht, ob sie dann ausgeschlafen ist, aber ja. Immerhin kam sie jetzt schon weiter so generell, ne? Dann muss sie jetzt nur dieses Geheimdossier zusammenstellen und dann mal schauen, wie wir an die Schlüsselkarte kommen. Okay, sie ist nicht ganz ausgeschlafen, aber das genügt, glaube ich, auch. Dann geht sie erstmal kalt duschen, damit sie hier ein bisschen runterkommt. Das ist halt das Problem, wenn man ein Hitzkopf ist, ne? Dann kümmern wir uns gleich noch um den Garten. Und dann versuchen wir mal dieses Geheimdossier hier zusammenzustellen. Du hast ein erfolgreiches Geheimdossier zusammengestellt. Mit dem Dossier kannst du eine Schlüsselkarte anfragen. Ich weiß nicht, die Wissenschaftler, das Militärpersonal oder die Besitzer, das Kuriositätengeschäft. Das wäre daran interessiert. Wir können ja den Eduardo einladen. Wir wissen ja, dass der vom Militär ist. Dann gucken wir mal, ob der uns das vielleicht geben kann. Wow! Wir sind jetzt ja schon wieder reich. Was soll denn? Wow! Das ging fix. 1500. Können wir schon bald hier ein bisschen was besser machen, ne? Weil ich mein, Kühlschrank und der Herd sind halt natürlich nicht so gut, ne? Und morgen ist Halloween. Wow! Haben wir da frei? Habe ich das eingestellt, dass dann frei ist? Oh nein, das wollte ich nicht. Ich wollte in den Kalender gucken. No! Nee, ist nicht frei. Schade. Aber wir werden es vielleicht trotzdem zelebrieren. Wahrscheinlich werden wir das zelebrieren. Da ist Eduardo. Hi. Wir bitten ihn mal herein. Und dann fragen wir ihn nach der Schlüsselkarte. Ey! Er hat gerade mein Dings eingepackt. Äh! Hallo? Das ist Geld! Excuse me! Ich möchte die Schlüsselkarte haben, bitte. Hör zu, ich sollte das nicht tun, aber mir scheint. Du kannst uns aus dieser schrecklichen Lage befreien. Nimm diese Schlüsselkarte. Sie gewährt dir Zutritt zu allen Türen des Geheimlabors. Aber sei vorsichtig. Seit wir die Türen versiegelt haben, war niemand mehr dort unten. Das ist dieser Counter jetzt schon wieder fehlt, ne? Ey, ohne Witz. Ich möchte mal kurz schauen. Weil es kann natürlich auch wegen den nachbarschaftlichen Dings liegt. Nämlich teilen bedeutet kümmern. Einigstens besitzt eine Menge Dinge, anders sind es nur ein paar. Aber wie wäre es, wenn jeder einfach alles besitzen würde? Ja. Ich glaube, dass das dann halt geklaut werden kann und so. Und wir müssen uns dafür einsetzen, dass das wegkommt. Weil das geht nicht. Technische Unterstützung finde ich okay. Spaß gemeint hat finde ich gut. Und Autarky finde ich auch gut. Aber das hier ist absolut nicht okay. Weil die ganzen Sachen werden mir weggenommen. Und das ist halt wirklich nicht so geil. Ich würde sagen, wir begeben uns jetzt nochmal zum Labor. Und schauen, was sich hinter der Geheimtür befindet. So. Schiebt ihr die Karte da richtig rein? Oh ja. Uh. Ich möchte davor ein Screenshot haben. Das ist wichtig. Und jetzt geht die Tür auf. Wow. Sie geht direkt durch. Weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Wir schauen mal. 15 Sporenhafen sammeln. Schutzanzug zusammensetzen. Den tiefsten Teil des Geheimlabors durchqueren. Ja, da würde ich jetzt nicht hingehen, ne? Sporenhafen. Oh mein Gott. Was geht hier ab? Finde einen Infektionsscanner, in dem du das Militärpersonal in der öffentlichen Bar befragst. Wenn du einen in deinem Inventar besitzt, scanne den Boden, um Sporenhafen zu finden. Okay. Ich würde jetzt aber erstmal zu meiner Mama gehen, weil die haben wir jetzt natürlich auch schon ein paar Tage nicht gesehen und die freut sich bestimmt, wenn wir sie besuchen gehen. Weil wir wissen ja nicht, wie lange unsere Mama noch lebt, ne? Deswegen möchte ich die Zeit mit ihr genießen. Hallihallo, ich klopf mal, damit wir halt wirklich gucken können. Aber die süße Maus sitzt ja schon hier draußen und dann fragen wir sie mal, ob wir mitspielen können, weil wir brauchen eh Spaß. Und wenn jemand mal hier schon ist, ne? Oh, Sherry. Ich liebe sie so, so sehr, ne? Ich liebe alle meine Sims aus der Legacy Challenge. Ohne Witz, ey. So, und dann können wir ja von unseren Interessen schwärmen. Dann können wir ihr ja auch sagen, wie es gerade mit Stranger Will so aussieht. Dann können wir ihr Dankbarkeit zeigen, wie sehr wir sie lieben und so. Ich meine, die haben ja auch einen richtig guten Draht, wie man sieht. Die süßen Mäuse, ich liebe euch so. Du hast mir den Tag versüßt. Danke, dass du mich zum Lächeln gebracht hast. Oh, I love you. Und auch als Omi sieht sie noch wunder, wunder, wunderschön aus. Oh, ich möchte ein Foto mit dir machen. Los, Foto, Foto. Foto machen mit. Und Sherry. Dann können wir das auf jeden Fall auch aufhängen. Oh, wir haben das hier. Oh, größere, ne? Durch glückliche Erinnerungen. Oh, I love it. Mami, Schatz. Oh, I love it so much. I love you. In der Zeit schaut sie Mama noch zu, wie sie Gitarre spielt, obwohl sie es nicht kann. Man kennt es. Und hier ist übrigens eine kleine Erinnerungswand. Oh, so sah die Maus auch schon mal aus. Und da ist das letzte Bild von Papa und Mama zusammen. Oh, I love you. Hey, Schönheit, wollen wir uns heute Abend verabreden? Ich kann warten, bis du fertig bist. Baby! Nein, danke, ich bin gerade beschäftigt. Sehen wir uns einen Film an. Eine Massage klingt. Was hat ich? Wir gehen zum Bowling. Lass uns etwas essen gehen. Ich finde, Essen klingt immer sehr, sehr schön. Lass uns essen gehen. Wir sehen uns bald. Okay. Dann kann sie erst mal nach Hause gehen. Was ist das für ein Sound? Die Blüte gedeiht. Beim Verlassen des Geheimlabores fällt dir auf, dass der Himmel eine unheimliche Farbe angenommen hat. Irgendetwas hat sich in Strange Evil geändert und nicht zum Guten. Beim Öffnen der Labortür muss Gift in die Atmosphäre gelangt sein. Du musst eine Möglichkeit finden, dich vor den giftigen Sporen im Geheimlabor zu schützen. Sprich mit den Leuten in der Stadt, um herauszufinden, ob sie dir weiterhelfen können. Oh, ich sehe es. Man sieht hier auch diese Sporen. Oh mein Gott. Schon ein bisschen creepy, ne? Deswegen sind die Blüten, also diese Blumen hier auch größer. Oh mein Gott. Saffron Papa ist zu Kind gealtert. Oh. Dann kann ich auf Screen auf jeden Fall noch einige Kinder und Sims umstylen, weil sie alle gealtert sind. Wow. Oh, was ist hier los? Die Pflanzen geraten außer Kontrolle. Hm. Wegen Pflanzen in Toilette. Eww. Oh mein Gott. Die müssen wir gleich auf jeden Fall entfernen. Das ist ein bisschen... Eww. 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 Und sie schrubbt es einfach weg. Ich glaube nicht, dass das so funktioniert, aber wir versuchen es einfach. Okay. Die scheinen erstmal weg zu sein, aber... Eww. Stell dir mal vor, du sitzt auf Klo und das kommt da auf einmal raus. Die schickt jetzt gerade Gunnar eine SMS. Und ja, vielleicht erwähnt sie daran ja auch, dass gerade Ranken aus ihrer Toilette gesprossen sind. Ist das deutsch? Ich weiß es nicht. Oh no! Oh je. Eggleston, warte mal. Die ist dann ja verwandt mit Gunnar. Oh je! Ich würde sagen, dass sie Marion einlädt. Das ist ihre beste Freundin so. Dass sie halt mal mit ihr darüber spricht, was hier eigentlich gerade so abgeht und so. Weil das ist halt schon ein bisschen sehr krass, was hier gerade so passiert, ne? Und ich glaube, da möchte sie auch mal mit jemandem sprechen. Sie ist zum Glück auch schon direkt da. Dann können wir ja auch über Strangeable reden, direkt. Dann können wir ihr die Fotos zeigen, die wir gemacht haben von diesen Pflanzen und so. Oh ne tiefgründige Unterhaltung wäre vielleicht auch sinnvoll. Dann kann sie ja mal für die beiden etwas kochen. Oh Nigiri! Oh, das ist jetzt nie ohne. Oh, nice. Oh, Rinderrahmen. Oh, lecker. Oh, so viel Zeug ist dazu gekommen an Essen. I love it. Dann versuchen wir mal Rahmen. Oh, aber ich würde sagen, ich beende hier den Part und wir essen dann gemeinsam das nächste Mal. Es war auf jeden Fall sehr, sehr spannend, was heute passiert ist. Wir haben wieder einiges kennengelernt über das Mysterium. Mal schauen, ne? Wie das jetzt alles noch weitergehen wird. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin und Tschüss!